So, wir können, glaube ich, wieder etwas bauen. Ja, Gerät. Gerät gebastelt. Ja, Molotow, Blend, Rauch, Hammer, alles, Geräusche machen, fehlt noch eins. Schlüsselkarte benutzen. Ja, machen wir. So, haben wir hier irgendetwas? Drecksteen. Ich kann auch nichts mehr bauen. Ich kann auch nichts mehr bauen. Ich kann auch nichts mehr bauen. Verpissen soll er sich. Ja, hier haben wir auch nichts Besonderes. Ich habe jetzt nicht verstanden. Ach so, das hier. Komm, 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 komm. Den Strom. Komm, 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 komm. anscheinend muss ich runter kann ich nichts machen oh man oh das sieht ja lecker aus strom wieder herstellen der ist direkt über mir sollte kriechen schacht öffnen machen wir erst mal auf gucken wir was darunter so ist das liegen hier noch ein paar sachen gott hier ist ja volles labyrinth okay gott Ich höre doch hier irgendwo was zum Speichern Bloß wo? Strom wiederherstellen, Strom wiederherstellen, Strom wiederherstellen Schrott, wir können auch nichts mehr bauen, Medikit Wir sind voll, Rauch, Rohbombe, Molotow Nein, 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 flammt ja bei Ja, Leidt Oh, wasser! So kann ich ihn nicht durchsuchen. Könnte sein, dass ich in den Schacht rein muss und dann... Ja, das wäre möglich, ne? Aber pass auf, wir suchen erstmal ein bisschen. Ja, ich trenne da den Strom wiederherstellen, weiß ich. Was zum Speichern hier? Nada. Was zum Speichern hier? Ja. Ja. Wir gehen sofort speichern, sofort. Speicher, Speicher, Speicher. Gut, 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 gut. So, jetzt können wir ein bisschen. Strom wiederherstellen, Strom wiederherstellen. Ach, hier hatten wir ja schon alles. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpol die Zentrallabor und die Laborsysteme wieder mit der Semastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Okay. Alles klar. Jetzt mal alles durchsuchen, alles durchsuchen. Alles ist offen. Okay. Dann wollen wir mal. Da. Entkommen Sie. Entkommen Sie. Alles klar. Dann können wir mal. Wo kam der denn jetzt her? Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult in Zentralabor die Laborsysteme wieder mit der Flüssigkeit. Wo ist es denn? Ah. Wo ist es denn? Ah. Dann wollen wir mal entkommen. Bitte verhalten Sie sich von mir und gehen Sie zum nächst gelegenen Ausgang. Das tut mir leid, Ripley. Abwuchvorgang wurde eingeleitet. Bitte Abstand von dem Flugzeug. Nein! Und hier darf nicht an! Vergangen Sie nicht an! Sehen!